Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und in dieser Ausgabe will ich euch die Kawachi zeigen. Das ist ein Tier 3 Schlachtschiff der Japaner. Also auch das erste Schlachtschiff, was es überhaupt zu spielen gibt in dieser Reihe. Aber wir gucken mal in den Tech-Tree, da kann ich es euch zeigen. Also das heißt, man geht die Hashidate, die Chikyuma und von der Tenryo geht es dann in Richtung Kawachi und dann geht es natürlich weiter. In dem Fall ist sie voll ausgebaut hier, hat also alles drin. 305 mm Geschütze, die schon ordentlichen Bums haben, aber die Reichweite ist nicht allzu weit. Und zwar ist die Reichweite 9,8 km, was für mich so das Schlimmste an dem Schiff ist und zwar gekoppelt mit der Genauigkeit. Aber dazu jetzt mehr im Video, deswegen bleibt dran und zählt die Kawachi. Und da sind wir also auch schon im Gefecht. Ich habe die ersten paar Sekunden verpasst, habe ich zu spät auf Aufnehmen gedrückt, aber auch das passiert den besten Mal. Aber gerade der Beginn ist ja nicht so das Highlight, muss man ja ganz ehrlich anerkennen und sagen. Ja, da passiert jetzt mal nicht so viel. Ich spiele hier im Zug mit Moxie. Sie spielt die Aurora und ich spiele hier die Kawachi. Ich muss sagen, die Kawachi ist hier jetzt voll ausgebaut. Mehr geht nicht. 10 km ist ein bisschen mau immer noch gefühlt von der Reichweite. Und dann streut sie auch ganz schön das Luder. Also, ab und an gibt es Runden, die laufen fantastisch. Wenn die Kanone einfach mal Bock hat und mitmachen will, dann läuft es super. Wenn die Kanonen aber so einen schlechten Tag und sich denken, nee, ich habe gerade Kopfweh, dann läuft es echt scheiße. Mal schauen, was heute so jetzt für ein Tag ist. Aurora ja praktisch wie die St. Louis zu sehen. Nur als Russe. Ich bin ja gespannt, wo die ersten auftauchen. Gott sei Dank nur einen einzigen Zerstörer. Ansonsten allerdings hier mit vielen Kreuzern und auch vier Schlachtschiffen. Keine U-Boote. Kleiner Spaß. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, oh, wilder Vorschriften ist vollkacke, da gibt es keine U-Boote. Das wären die ersten, die dann schreien, wenn World of Warships ist vollkacke, die ganze U-Boote killen mich. So. Moxifata extrem aggressiv. Da ist eine St. Louis. Ah ne, sie dreht schon bei. Habe ich mir doch gedacht, das wäre ja doch sehr extrem. Aber sie schießt schon schön. Auf die andere St. Louis, beziehungsweise auf die St. Louis. Ich würde gerne einen Schuss Reichweite kommen. Aber eigentlich würde ich gerne nicht hinter diese Insel, aber eines von beiden, ein Tod muss ich sterben. Weil jetzt fährt sie gleich hinter die Insel. Ich komme nicht drauf. Das ist einfach die Reichweite, die hier limitiert ist. Die ist da sehr zurückhaltend. Ich habe gar keinen Spielsound an. Und keiner sagt es. Nicht, dass hier die schöne Musik, das mache ich immer, wenn ich streamen, vergesse ich dann immer hier. die Musik wieder anzumachen, weil da höre ich andere Musik. Kann ich aber nicht, weil ich YouTube so nicht mag. So, jetzt die Frage. Jetzt habe ich genau das gemacht, auf was ich eigentlich keinen Bock hatte. Und zwar mich so manövriert, dass jetzt gleich die St. Louis auf mich schießen kann. Und von der Vorne die South Carolina. Jetzt bin ich auch offen. Da ist sie. St. Louis. Aber 9,9. Ne, die haut ab. Konzentriere mich mal Richtung Norden. So, jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich nicht wollte, dass alle anderen weiterkommen als ich. Aber ich kann zumindest mal gleich auf die South Carolina wirken. Naja, kein High-Hit, aber das war ja auch noch High. So, jetzt kommt mir hier die Insel voll, die Flinte. Und jetzt müsste ich aber gleich wieder schönes Schussfeld haben. Wurde erst aber langsam. Oh Gott, Schock wieder nicht so. Da ist jetzt einiges gleich los. Da wird jetzt gleich die Luzi rundlaufen. So, jetzt auf die Chester. Na, einen kleinen, netten Viertausender. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt habe ich irgendwie alle meine Leute hauen gerade ab. Aber gesamt. Nicht schön, weil ich habe mich jetzt hier manövriert gegen zwei Schlachtschiffe und die Chester. Reparieren wir jetzt mal. Der trifft sehr gut. Und wie gesagt, sie gehen natürlich nur auf mich, weil ich bin jetzt gerade der einziges Ziel. So, jetzt versuchen, ein bisschen auszuweichen, aber sie treffen natürlich gerade ordentlich. Schießen hier gerade von der Kawachi unerwartet jetzt eher. Meine AA ist ausgefallen. Wie gesagt, merkwürdig, wo meine Leute hin sind. Also gerade hier, die andere Kawachi ist ja einfach mal weg. Jetzt muss ich versuchen, noch einigermaßen wegzukommen. Ich hoffe mal, dass die gegnerische jetzt auf die Tenryu hier gehen wird. Die Chester wiederum, die lässt sich jetzt gar nicht von der Tenryu stören, die geht nur auf mich. Ah, jetzt legt sie um. Jetzt noch versuchen, da ein bisschen was rauszubekommen und wie gesagt, aber erst mal aus der Distanz zu schießen. Vorher ist gelöscht, ich kann auch gleich wieder reparieren. So, South Carolina schießt wie zu erwarten weiter auf mich. Die interessiert sich für die Tenryu gar nicht. Da bin ich einfach das schönere Ziel. So, gleich kann ich reparieren, dann habe ich mir wenigstens aus dem gröbsten Schlamassel hier gerettet. Ich war, wie gesagt, einfach ein bisschen unglücklich, wie das gerade gelaufen ist. Was kommt denn da vorne? So viel zum Thema gröbste Schlamassel. St. Louis. St. Louis, Chikuma und Tenryu. Ja, Heidewitzker. So, jetzt, die kommt ganz gut. Naja, wohl auch nicht. So, jetzt brauche ich Moxie. Moxie fährt aber weg. Auch unschön. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt den wenigstens rausnehmen können. Ja, das hat geklappt. Jetzt geht es weiter. Chikuma zumindest, die ist noch von der HP-Anzahl eigentlich ganz ordentlich. So, mal gucken, was da so einschlägt. Können wir ihn doch wenigstens ein bisschen ärgern. Gott sei Dank hat das mit dem Zielwasser nicht so. Jetzt kommt da die Tenryu. Komm schon, nimm ihn raus. Nein, er hat noch 700. Zündet er mich an, aber in dem Fall. Ach Gott, Moxie hilft mir da. Jetzt ist die Frage, wo ist die Tenryu? Ganz, also obwohl es jetzt kein tolles Spiel war, aber es ist gefühlt unglaublich belastend, gerade vom Nervenkitzel her. Und da ist es die Tenryu. Zündet mich natürlich gleich an. Und hat es sehr gut gemacht, ist hier nicht in voller Fahrt gewesen. Moxie kann mir jetzt nicht helfen, weil für den ist er hinterm Berg. Jetzt brenne ich, ich kann jetzt auch nichts mehr machen, ich kann nicht löschen. Also in dem Fall, ich hoffe mal, ich kriege noch eine Salve raus. Ja. Leider auch nicht wirklich hoher Hit. Aber am Endeffekt dürfte das ein Sieg werden. Da bin ich raus. Mal gucken, was Moxie jetzt noch treibt. Springen wir mal auf Sie, lieber. Hat hier jetzt natürlich mit Aurora ein sehr schönes, sehr schönes Ziel mit der Tenryu. Oh, nice. Der war richtig schön, da hat sie aber ordentlich aus den Schuhen gezogen. da hat er sich revanchiert und jetzt wird es noch mal enger. Hätte jetzt nicht erwartet, dass er da noch hier mit den Torpedos ankommt. Ich glaube, sie auch nicht so wirklich. Dann gucken wir mal doch, was die gegnerische South Carolina gegen unsere St. Louis noch so anstellt. Wir haben jetzt schon mal den Vorteil, er steht im Cap, von dem her muss die South Carolina hier kommen. So. Ja, ich hab's mir noch fast gedacht, dass er nicht an die Torpedos dachte. Wie gesagt, jetzt liegt es an der St. Louis. Wäre jetzt echt mal schön, auch mal wieder mal mit der Kawachi zu siegen, weil wie gesagt, das ist mir bisher selten vergönnt. Ich glaube von ungelogen, ich glaube von 13 Gefechten habe ich zwei Siege. South Carolina St. Louis versteckt sich jetzt hier, um für die South Carolina erst möglichst spät aufzugehen. Die Idee ist gut. Problem ist aber, wenn sie rumkommt und er liegt dann hier so vor so hier drinnen, dann ist er natürlich ein einfaches Ziel. Sind wir mal gespannt, was da passiert. ich würde auch erwarten, die war zuletzt hier in dem Drittel irgendwo gesichtet, wenn ich mich täusche. Also ich könnte mir vorstellen, dass so er eher von vorne kommt. Ich glaube, es ist zu zwei Dritteln erfolgt. Wie gesagt, von mir wirklich nicht die beste Runde gespielt, aber sie war glaube ich sehr spannend und ist sehr spannend. Er zeigt euch ein Common Face Me würde ich auch nicht tun. so jetzt schaut wirklich super aus und das ist der Sieg ja nicht schlecht ich habe mich ins Mittelfeld gespielt mit gerade mal 23.000 Schaden. Das kann auf jeden Fall besser gehen, aber trotzdem war die Runde spannend und aus dem Fall aus dem Grund hoffe ich euch hat es doch auch gefallen. Von dem her wünsche ich alles Gute bis zum nächsten Mal euer Caramba